Hey Leute, eine kleine Information, denn es gibt ab jetzt unsere 4 Uhr Umfrage für den März 2017, er ist online. Wir wollen eure Meinung zum ersten Viertel des Jahres 2017, was sagt ihr, haben wir gut performt, ihr könnt mitbestimmen, welche Spiele sollen in der nächsten Zeit gespielt werden, wie oft sollen Livestreams sein, etc., etc., all das in der Umfrage geht in die Beschreibung, dort ist der Link, macht einfach mit, würde uns sehr viel helfen. Bis zum nächsten Mal, ciao.